Na gut, das ist fast noch schlimmer als Troll. Warte, sind hier immer nur Ranken, wo man hoch kann, eventuell? Ja, wahrscheinlich ist der Witz in der Sache, dass man ganz hoch nur von außen kann. Ne, hier kommst du nirgendwo hoch. Nirgendwo. Das ist doch kacke, oder? Total. Ätzend. Da gammelst du hier in dem Haus ab. Da gammelst du hier in dem Haus ab und dann ist da nur eine Schüssel. Einfach Anmerkung ins Video, es gibt bis zu dem Punkt, passiert nicht viel. Geht nicht ins Hotel. Äh, ins Krankenhaus. Oh Gott, das ist jetzt unnötig. Ja. Also dadurch, dass wirklich eine Chest hier war und da nur eine Schüssel drin war, glaube ich fast. Wir haben wirklich ein paar übersehen, aber langsam gebe ich es auf. Das muss jetzt echt nicht sein. Ne. Also ich bin gerade wieder auf dem Weg nach unten, ne? Ja, ich bin hinter dir. Ich bin so halber dein Schatten. Achso. Gut. Gibt auch irgendwie sowas wie eine U-Bahn hier, da habe ich auch mal gesehen. Davon weiß ich jetzt noch gar nichts. Wo mich das schon interessiert hätte, wie dieses Schalter-Rätsel da funktioniert hätte. Achso, mit dem Kohletransporter, ne? Mhm. Also entweder hat da irgendwie mal ein Card gefehlt oder wir waren zu blöd dafür. Jetzt bin ich out of eat. Na gut, wir können es uns ja teilen. Bei mir ist jetzt noch ein bisschen, dann bin ich voll. Gibt ja noch so eine unsichtbare Foodbar, soviel ich weiß. Ja genau, du bist übersatt. Ja. Falls du noch was brauchst, kann ich dir noch was geben. Ja, okay. Oh, hier auch rein? Lohnt sich das? Entweder letzter Versuch oder wir gehen uns echt auf Konfrontation, aber... Na komm, wir rennen aber direkt nach oben. Ja. Komplett. Aber so lange, wie wir jetzt gebraucht haben, sind die anderen bestimmt schon fallüber equipt. Genau. Oh warte, der Raum macht mich hier gerade an. Dann guck du schon mal, wenn es dann oben wieder nichts gibt, dann sage ich dir Bescheid. Dann brauchst du schon gar nicht mehr hochlaufen. Ein Bett. Toll. Aber diese ganzen Zimmer verleiten einen auch wirklich reinzugucken und dann... Ja, vor allem, wenn hier so eine Zuo-Tür neu ist. Mhm. Hier ist einer offen. Entweder das heißt, dass es war schon jemand da oder... Ich weiß nicht, was das heißt. Ich glaube, manche sind sowieso offen, manche Typen... Oh Mann, hier ist absolut nichts drin in dem Kack. Das ist so schlimm. Bei mir geht es schon wieder bestimmt die achte Treppe hoch und... Ja, jetzt bin ich, glaube, oben. Warte, ich glaube, hier kann ich mal ein paar Blätter hochlaufen. Ein bisschen Abwechslung drin. Oh, hier kommt man noch nach ganz oben über eine... Ne, Ranke würde Liane sagen. Jetzt bin ich ganz oben auf dem Gebäude. Ja, ich... Ja, ne, ich bin im Nebengebäude, glaube ich. Oh, wo bist du? Oh, ich seh... Ach, da bist du. Ich bin hier oben. Ja, ich seh dich. Geil. Das ist was Dummes. Ich würde sagen, bei uns beiden ist nichts. Scheiße. Ich würde da jetzt gerne rüberspringen, aber ich lasse, da bin ich tot. Hier ist gar nichts. Mann. Irgendwie nicht. Also, hier gäbe es noch eine Möglichkeit, mit viel... Na. Das wäre eher dumm. Mit ein bisschen Fall Damage hier das andere Haus hochzuklettern. Ich habe nur Angst, dass ich den Schwung verkacke und dann... Hier ist direkt Laub darunter. Also, falsch machen kann man es nicht. Nur beim Klettern höchstens. Ja. Bist du noch ganz oben? Ja, soll man das Wagen oder soll man wieder runtergehen? Ne, warte, ich komme. Ähm, wir müssen nur kurz gucken, auf welcher Seite ich dann hochkommen bin. Ich glaube, das war hier. Ja, siehst du in dem Namen. Au. Danke, so geht mal was los. Also, ich glaube, unsere beiden Ansichten von den Hunger Games aus der Folge werden so ziemlich unactionreich sein. Aber... Ja, noch. Warte mal ab. Genau. Warte, ich komme mal hoch. Wo wolltest du hin? Ähm, wo war das? Ich glaube, ja, hier. Hier unten ist Gebüsch. Da nimmt man auf jeden Fall, glaube ich, nicht so viel Damage. Oder? Hm. Und dann könnten wir... Ach, verdammt, hätten wir von unten auch rein können. Na, was soll's, ich bin gerade voll. Jetzt könnten wir im Prinzip da hochklettern, aber ob sich das lohnt... Ich gucke gerade, wo ein Eingang ist. Obwohl, ich sehe da eh nicht so rum in meiner Sicht. Äh. Ne, also ich kann jetzt gerade keinen entdecken. Hm, ist was Blödes. Ich habe so das Gefühl, egal was wir machen, wir werden überall enttäuscht. Ätzend. Da haben sie ich immer noch keine, ist schlimm. Pass auf, am Spawn ist auf der einen Seite so ein Dorf. Ja, sollen wir da mal hingehen? Mit so rötlichen Häusern, da habe ich eigentlich was gefunden. Ein paar Sachen. Genau, da war auch eine Falle drin, jetzt fällt es ja wieder ein. Ja, krass, hier waren wir noch gar nicht, ne? Sicher? Ja, doch. Das kommt, oder? Nein, da haben wir noch nicht. Aber ein bisschen hoch, ehrlich gesagt. Ja. Das sind hier irgendwie... Na, Laub kann man kaputt machen, aber ich glaube, ganz runter kommen wir damit auch nicht. Oh Mann. Wo bist du denn gerade? Ja, ich glaube, ich springe auf diesen Vorsprung, da müsst ihr eigentlich gehen. Ja, ich glaube auch. Oh. Hast du aber was zu essen für mich? Ja. Ein Apfel oder ein Brot? Ja, ruhig ein Brot, ich habe zweieinhalb, die fehlen. Okay. Weil dann regge ich mich komplett wieder. Ja, klar, das ist blöd, wenn man gerade unter zwei weniger hat. Oder ist das so? Wenn man zwei verloren hat, trägt man sich nicht mehr. Am Spawn gibt es nun Sicherheit, toll. Wie, Sicherheit? Stand da gerade im Chat, ich denke mal, da wird wieder was sein. Ach so. Ich weiß nicht. Warte, erstmal hier aus dem Eingang raus, wo ist es? Hier ist eine TNT-Kanone. Die habe ich schon mal gesehen, ja. In einem Video. Wow. Die Blöcke darf man aufheben, aber nicht setzen, ne? Dann sollen wir da mal runter? Warum nicht, wenn es hier schon keine Kisten gibt? Wahrscheinlich haben wir wieder zehn übersehen, oder? Ja, mindestens. Na, scheiße, Mann. Da geht es nicht, wir müssen dann wieder... Mann, da hat ich ja eine tolle Idee. Ach so, ich glaube, ich habe wahrscheinlich die Knöpfe zu spät gedrückt, ne? Oder zu schlecht getimed. Ich habe keine Ahnung. Du schaffst es. Nein! Nein, du schaffst es nicht. Warum? Oh, hier ist direkt der Spawn. Sollen wir da mal hin, dann? Ja, versuchen wir es mal. Jetzt habe ich... Jetzt fehlen mir auch noch zwei guter Apfel weg. Jetzt ist es voll... Ah, nee, ich habe noch ein rohes Hühnchen. Kriegt man davon nicht Salmonellen, oder so? Ja, kannst du krank von werden. Na, ich will nicht durch. Da sind Namen, aber könnte ja weder wer noch... Also, könnte ja auch ein Admin sein hier wieder, ne? Oh, guck mal. Oh, fuck, der hat einen Diamanthelm. Pass auf, pass auf, das sind zwei Leute, gell? Scheiße, leer. Okay, weg. Das sind zwei Namen, einer mit dem Diamanthelm. Hilfe! Also, die sind da drüben, die sind auch zu zweit, wahrscheinlich beide noch im Team. Ja. Die gucken uns aber auch so ganz komisch an. Also, entweder wollen die nicht aufkommen. Okay, ich glaube, die sind sogar noch später dran als wir. Das GLP, ne? Goldhose, Diamanthelm, wo bist du? Okay, wo bist du? Ja, ich sehe deinen Namen nicht mehr. Ah, hier. Komm weg hier. Sollen wir wirklich wegrennen vor dem einzigen Stückchen Action? Ja, wir müssen mal leben. Ne, die machen uns doch fertig mit den Sachen. Ja. Wer weiß, was die für Waffen haben. Der nimmt halt schon ziemlich viel Damage ab von dem, was wir denen zufügen würden. In welchem Haus waren wir noch nicht? Da ist, da ist das Dorf. Komm, da gehen wir noch durch. Wenn wir da nichts finden, campen wir am Spawn, bis die alle kommen. Ja, warum nicht? Oder was für noch... Das Einzige, was mir noch einfallen würde, wäre dieses Stückchen Wald da am Ende der Map. Vielleicht finden wir da noch ein paar rote Pilze. Da hätten wir auf jeden Fall noch was zu essen. Stimmt, am Stückchen Wald da kann aber auch... Da mache ich aber einen Kisten auf den Bäumen und Autos. Weil hier musst du wenigstens nicht so weit hoch, bei den kleinen Häusern hier. Ja, ich bin mal gerade in ein anderes Haus rein, damit wir nicht irgendwie alles doppelt haben. Ja. Wow, hier kann man sich einschließen. Sehr sinnvoll. Da sind alle Türen schon offen, scheiße. Ah, die Tür wird öffnen in fünf Minuten, steht hier. Hä, ist das eine Tür mit Zeitschaltung oder wie? Ja. Ah, da war ich letztes Mal auch, aber irgendwie ging da nichts auf. Bist du wieder im nächsten Haus? Ja, ich gucke gerade ein bisschen rum. Da war eine Truhe nochmal. Nix mehr drin. Dachte ich mir schon fast. Ja, ich glaube, das Dorf ist auch leer gefarmt. Was, Team Disconnect ist nun auch draußen. So, nächster Haus. Oh, haben wir jetzt gerade die Chunks nicht? Vielleicht kann man ein bisschen schummeln. Schade, hat nicht funktioniert. Kannst du dich hier wieder rausholen? Wen, wo rausholen? Ich bin ganz oben in dem Haus. Wie, hab ich dich eingesperrt oder wie? Ne, ich hab mich selber eingesperrt. Ich hab den Knopf gedrückt, bin reingegangen. Voll ätzend. Wie gut das aussieht. Hilfe. Ja, wie sackblöd das jetzt wäre, wenn man allein gespielt hätte. Ja. Warte, hier ist ein Ofen. Ja, weil hier unten habe ich auch gedrückt und dann hat sich oben was getan, glaube ich. Ja, ich glaube, da habe ich gerade in dem Moment auch gedrückt, ne? Ach so, ah, okay. Dann lag das daran. Ich dachte schon, dass wäre... Na gut, macht ja keinen Sinn da, dass da in der Redstone liegt. Da gibt es ja gar keinen Platz dafür. Welches Welt hier meintest du? Ganz am Anfang, da waren wir irgendwo auch recht... Oh, ich sehe gerade halber durch die Welt und da hinten war eine... Chest. Das war ganz am Anfang, als wir... Oh, da müsste noch was drin sein. Schuhe hast du schon, gell? Äh, ja. Lederschuhchen. Eisenbarren, Lederstiefel und ein gebratenes Schweinefleisch. Eisenbarren habe ich schon einen. Echt? Hast du Sticks? Nee, oder? Nee. Nein, in dem Haus war ich schon ätzend. Ähm, jetzt habe ich noch nicht ausgeredet. Irgendwo, da war doch ein Wald, da waren wir, glaube ich, ziemlich am Ende da, als wir das erste Haus durchforstet haben. Ja. Ach so, am Meer am Rand, ne? Ja, ziemlich. Ja, keine Ahnung. Wenn wir jetzt halt einen Stick hätten oder sowas, dann könnte man hier noch ein Eisenschwert machen. Ja, das wäre epic. Damit könnte man am wenigsten mal was reißen. Mhm. Weil wenn man bedenkt, was die anderen in der Zwischenzeit schon alles gefunden haben könnten, dann... Ja, ich glaube, im Moment bin ich ziemlich... Oder sind wir im Moment spärlich bekleidet, ne? Mhm. Aber wenn wir es gut tun und wenn man springt, noch ein bisschen critet und so, dann könnte man vielleicht doch den einen oder anderen rumliegen. Joa. Ach, warte, hier war die Brücke, ne? Mit dem... Da hinten hängt, glaube ich, auch eine Workbench, wenn ich das richtig sehe. Ach jo. Vielleicht kommt bestimmt Phase 2 wieder. Da hast du ja nicht so tolle Erfahrungen mit. Ach, ich bin drüber. Alter. Oh. Aber hier muss ja auch eine Kiste sein. Vielleicht hat... Ne, da hinten nicht. Das hier habe ich auch noch gar nicht gesehen. Ey, so wenig hatte ich noch nie, ey. Hast du das gerade gehört?